Für den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyj ist klar, es braucht im Krieg gegen Russland weitere Sanktionen. Bei einem Treffen mit den EU-Aussehnministern hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyj weitere Sanktionen gegen Russland gefordert. Die aktuell starken russischen Luftangriffe seien ein Beleg dafür, dass die bislang von Europa erlassenen Strafmaßnahmen noch nicht ausreichend seien, sagte Zelenskyj am Montag in Kiew. Jegliche Lieferungen, die Russland eine Steigerung der eigenen Rüstungsproduktion ermöglichten, müssten gestoppt werden. Das ist nicht nur klar im Interesse der Ukraine, sondern auch weltweit von jedem, der so schnell wie möglich ein Ende des Krieges möchte. Seit Russlands Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 hat die Europäische Union bereits elf Sanktionspakete erlassen, das jüngste im vergangenen Juni. Das angegriffene Land zeigt sich dankbar, weist aber auch immer wieder darauf hin, dass die bisherigen Maßnahmen noch nicht ausreichen oder oft umgangen würden. Zelenskyj pochte nun außerdem erneut auf Sanktionen gegen die russische Atomindustrie. Der ukrainische Außenminister Dimitro Kuleba zeigte sich derweil zuversichtlich mit Blick auf die angestrebte EU-Mitgliedschaft seines Landes. Es ist nur eine Frage der Zeit, sagte er in Kiew bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU-Chef-Diplomat Josep Borrell. Alle sind entschlossen, mit Höchstgeschwindigkeit voranzukommen. Kuleba betonte, die Ukraine sei dabei, alle von Brüssel geforderten Reformen umzusetzen. Die EU fordert etwa einen entschlosseneren Kampf gegen die Korruption in dem Land. Nach Kriegsbeginn hatte die Ukraine im Sommer 2022 den Status eines EU-Beitrittskandidaten verliehen bekommen.